Jay, gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Keine Ahnung. Wo war das? Gegenüber? Das hat sich angehört wie nebenan hier. Und da sind wir wieder bei Phasmophobia. Im Edgefield Street House, hast du genommen? Ein schönes Haus. So, was brauchen wir noch? Nee, gar nicht. Was haben wir genommen? Okay. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd? Machen Sie ein Foto vom Geist? Ach, sorry, ey. Machen Sie ein Foto vom Geist? Errechnen Sie den Durchschnitt. Ja, oder? Der Geist heißt Jay Lavender. Nur auf Personen, die alleine sind zu antworten. Och, nee. Jay. Jay, gay. Jay. Das ist Jay, ich bin gay. Jay Lavender. Wo war der Stromkasten? Im Haus. Wo? Äh, Keller. Ich hätte auch gucken können. Oh, nee. Ja, gehen wir nach dem Strom gucken. Das ist deine. Ja, nee. Du hast sogar gesagt, du hättest auch gucken können. Nee. Äh, ja, äh, ich mein... Ist der Schalter oben, würde man dich loben. Hier war schon die Tür auf. Ja. Hex, äh, Hexenzirkel im Keller. Okay. Jay, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Im Keller? Hier auf. Ja, die Kellertür war auf. Jay, wo bist du? Hier sind sechs gerade. Oh, 13 wieder. Aber sechs ist schon mal gut. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht vom Keller kam. Nee. Jay, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Jay, wo bist du? Jay? Jay, kannst du uns ein Zeichen geben? Oh, der ist bestimmt im Keller. Ich schwöre es dir. Nein. Das ist ja schon der Hexenzirkel. Knochen. Auf Brust vor den Becken oder so. Er gibt uns aber auch nix. Jay? Jay, wo bist du? Oben ist eine Tür auf. Jay, bist du hier? Jay, gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Ah, wo denn? Keine Ahnung. Wo war das? Keine Ahnung. Gegenüber? Das hat sich angehört wie nebenan hier. Okay, das Licht geht. Guck mal, wo das Licht kaputt ist. Hier? Nee, hä? Hier? Nee, hä? Hier war die Tür auf. Hier im Flur? Aber es war auch keine Gefrierte. Hier im Flur ist kaputt. Oh, war der hinter mir oder was? Im Flur sind drei Ze... Wo ging die Tür auf? Ich... bin mir nicht sicher. Hä? Hier ging doch gar keine Tür auf. Jay, bist du hier? Ja, 7,8. Er ist im Flur. Und jetzt? Hier. Er war nur an der Türklinke. Wo denn? Äh, da an den beiden. Musst mal gucken. Ah, Handabdruck! Okay, ich platziere eine Kamera. Schranktür welche? Da, in dem Zimmer hier. Hier. Ja, da ist er. Ich kann ihn sehen. Ah, ich muss ihn aussehen. Ah, ich geh nicht mehr raus. Ich geh. Ich muss hier raus. Ich... Ah, hab ich die Kamera falsch... Das hab ich falsch interpretiert. Da war ich doch nebenan. Oh, mein Herz, mir ist ganz voll schlecht. Da war ich ja wohl ein bisschen daneben. Nur weil die Birne kaputt war. Hab ich mich ein bisschen verschätzt mit dem Flur. Ach, ja, ein bisschen. Nur weil die Birne kaputt gegangen ist. Oh, ich hab gedacht, gut, wenn er die Schranktür aufgemacht hat, guckst du mal. Wegen Fingerabdruck, ne? Oh Gott, ey. Oh, ist mir duselig. Puh. Ach, nee, hier war das. Alter Verwaltender, du. Oh, äh, war... Nee, du warst da. Man sieht nur deinen Unterkörper, deinen Oberkörper sieht man gar nicht hin. Man sieht nur ne Hose laufen. Jetzt seh' ich dich. So. Dem war nur ne Hose zu sehen. Okay, also... Wir haben auf jeden Fall Fingerabdrücke. Was denn? Nee, man hat auch nur ne Hose laufen sehen. Deine Hose. Ich nehm' mal die Box mit und Dotz-Projektor. Kamera... Kamera dreh' ich noch ein bisschen, ne? Ich dachte, hättest du schon den Dotz. Nee, ich hatte, äh, Thermometer noch. So, dann wollen wir zu Jay. Jay? Kannst du mit mir reden, Jay? Oh Gott. Er spielt Gitarre. Ja. Hier? Keine Ahnung, wo sie sehen. Äh, hier flackern Meerlichter, ey. Es kann auch sein, dass der wandert, ne? Ja, weiß ich nicht. Okay. Ich hol mal noch das Buch rein. Achso, ja. Fehlt's sonst noch was? Also das Buch und IMF haben wir noch gar nicht, ne? Nee, ich hatte jetzt Thermometer und, äh... Warte, ich nehm' Kamera mit, falls er nochmal wiederkommt. Alter, das war eklig. Die Leute denken auch, ich bin bestimmt voll feige, weil ich die ganze Zeit immer nur im Van bin. Das war so witzig. Ich mach' meinen Scheiß-Arbeit. Okay. Warte, er hat ja, er hat ja hier Gitarre gespielt. Oh Gott, Sven. Was ist denn? Er hat Gitarre gespielt. Ich hab' so'n leichten Schweiß gekriegt. So, Jay. Ja, wir gehen ja auf einzelne Personen. Ja. Ja. Jay, schreib ins Buch. So, kann ich nicht sehen, ob er ein Box oder so ist, ne? Kannst du ins Buch schreiben? Beweise. Ähm... Fingerabdrücke. Jay? Jay? Schreib ins Buch. Schreibt er ins Buch oder so? Nö. Wole ich ihn auch vor, oder? Das ist ganz schön unhöflich. Äh. Jay, schreib ins Buch. Nein, der bleibt zu. Dann kümmert er einfach wieder zu. Ja, ich hab' halt keine Angst vor dem. Was will er machen? Mich umbringen? Ja. Jay? Hä? War das nebenan? Nein! Können wir irgendwie Licht anmachen, wegen Orbs oder so? Licht anmachen? Ja, wegen Orbs, dann sieht man ihn doch besser, oder? Nee, weil Licht aus. Ach so. Okay, dann haben wir keine Orbs. Jay, schreib ins Buch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er redet nur mit dir. Oh, nö. Oh, nö. Keine Ahnung, bei mir kommt nichts außer die Schranktür. Die Sprechen, er hat gemütlich geredet. Jay, willst du einen Kaffee? Schreib ins Buch. Oh, mein Gottes Willen. Aber geh jetzt noch raus. Diese verdammte Gitarre. Jay, schreib ins Buch. Ich glaube, wir haben Gefriertemperaturen. Echt? So, hab ich denn jedes Mal hier eine Mücke drinne. Wo habe ich meinen Thermometer? Ja, wir haben Gefriertemperaturen. Wo ist mein Thermometer? Ja, irgendwo habe ich eins hingeschmissen. Ah, hey. Ah, hier. Jay, schreib ins Buch. Ja, wir haben Minus. Okay. Also könnte es ein Mimic sein. Stimmt, Dämon, ey. Ich weiß nicht, warum aber... Nee, nee, der Mimic ist mit drinne. Das heißt, die Geisterbox kann lange dauern, aber dann doch anschlagen. Woher willst du das denn? Ach so. Weil der mich immer an der Nase rumführt. Nein, alles gut. Wir müssen auch noch Fotos machen im Keller von dem Zirkel und vom Knochen. Okay. Du solltest mal Sanity nehmen. Du hast nur noch 27. Oh. Ja, aber auf mich scheint der ja nicht anzuspringen. Ich habe mir doppelt geballert. Hätte einmal gereicht? Ja. Ich habe jetzt zwei Kameras mit. Ich mache noch vom... Im Keller mache ich noch ein Foto. Hä? Oh, ich habe noch gar kein Bild gemacht. Der ist ja interessant. Und Knochen können wir auch noch gleich... Ich sehe gar nichts. Ich höre ihn doch, aber... Aber hier im Zimmer bewegt sich jetzt doch gerade nichts. Aber ich höre ihn doch. Das geht so hoch runter, so eine Welle. Aber er ist jetzt nicht ganz oben. Kannst du mal gucken, ob die Haustür auf ist? Ist ja skurril. Aber ich höre ihn. Boah, jetzt ist die Schranktür auf. Toll, jetzt konnte ich nichts sehen. Wir sehen, ob der da langläuft. Okay. So, Kreuz 1 und 2 leben noch. Okay. Er hat halt auch noch nicht irgendwie... Oh, warte. Er hat ja... Fingerabdrücke. Jetzt habe ich dich. So. Kannst du mit mir reden, Jay? Ich habe halt auch kein IMF hier oben, ne? Das Licht hat geflackert. Ich gehe eh gleich drauf. Okay. Schreib ins Buch. Ne, das macht er nicht. Gib mir ein Zeichen. Töte mich. Machst du sowieso. Sei ruhig. Ich habe auch Angst. Warum haust du ab? Ja, weil... Wegen alleine und so. Ja, genau. Damit er auf dich reagieren kann. Hier ist auch die Tür auf. Ja, der macht hier alles so ein bisschen. Foltergeist. Ja, habe ich schon ausgemacht. Jay? Kannst du mit mir reden? Achso, komm mal her mit dem IMF. Hier war doch Aktion. Wo ist er denn? Naja, in dem Zimmer. Hier so. Ich war doch eben hier. Kein IMF? Nein. Jay? Jay? Hat so spannend angefangen, ne? Ich bin wieder am Ende. Das ist irgendwie ein ungutes Gefühl bei diesem Geist. So geht das. Jay? Hey. Hat der noch in dem Raum ist? Ist er nicht gewandert? Nee, er hat gerade Gitarre gespielt. Achso, aber IMF ist nicht, ne? im fs 2 j kannst du mit mir reden sag doch was imf 5 es zählt einfach nicht ach so ja ich muss ja auch imf 5 mach ich noch ein foto von ihm ja zeigt sich ja auch nicht der schlick ich krieg die tue nicht auf pures können er hat mich nicht im geringsten beeindruckt er hat mich nicht im geringsten beeindruckt machen sie im einzig auf keine einzige aufgabe ja ich habe vor panik dann noch mal den schrank fotografiert statt den geist ich meine vor coolness habe ich mir gesagt du willst ja mein bild du willst immer im bild nächster hier guck mal deine fingerabdrücke so war das 1 zu 1 so ist das gelaufen doch wenn ich es doch sage laut einer studie die ich mir selber ausgedacht habe ich weiß nicht wollen wir das foto noch machen machst du das nein ich gehe immer drauf immer ja 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 ich verliere immer mein ganzes equipment ok komm ich gehe ja ja so j jetzt reicht es mir ich bin wieder da ich mache jetzt ein foto komm raus kreuz ist noch cool cool j komm raus zeig dich erscheine wo bist du gib mir ein zeichen j wo bist du ups komm raus zeig dich erscheine das war nebenan ich will nicht dass das nebenan ist tsch 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 m theme te ju tsch j j wo bist du gib mir ein zeichen erscheine zeig dich komm raus tsch zie tsch Jay. Bitte. Erscheine. Jetzt zeig dich doch mal, du Nase. Jay. Jay, wo bist du? Oh Gott. Ich hab mich verschluckt. Leben am Limit. Jay. Wovon hast du ein Bild gemacht? Von hier. Ich dachte, er nimmt auch Zeit als Geist. Jay. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Komm. Wo bist du? Hat das gezählt? Voll die Lampe. Interaktion. Nein. Jay. Komm raus. So zeige er sich. Möge Jay aus seinem Versteck kommen. Du nah. Ich habe keine Angst. Zeige dich. Wo bist du? Erscheine. Erscheine, Jay. Äh, ja. Ähm, wie hieß denn der mit Nachnamen? Jay Levin. Levor. Levis. Leroy. Le, ähm, Lavender oder so. Jay Lavender. Erscheine. Ich befehle es dir. Jay? Ja. Jay Lavender. Wo bist du? So möge er sich zu erkennen geben. Ein IMF, das ganze Bum für die Hose. Komm raus hier. Jay? Jay Lavender. Zeig dich. Er ist woanders. Nein, 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 warum, du Arsch. Dieser Mistmade, der war unten. Er ist doch gewandert. Yo, bin tot, wir können fahren. Aber ich habe eine Interaktion vor der Free Art. Yo, ich habe den Fall gelöst. Jay hat sich unten aufgehalten. Ja, schade, vom Geist haben wir jetzt kein Foto. Wo bin ich denn drauf? Dachte, ich hätte da eins gehabt. Ja, nee, haben wir nicht. Wollen wir abfahren? Ja, schade, ey. Jay ist ein Arsch. Genau, komm wieder rein, wir fahren. Du willst es echt wissen, wa? Ach, hier liege ich. Bin die ganze Treppe runtergefallen. Du, 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 du. Eindeutig an und vor. Du gehst gar nicht weiter auf. Nee, da liege ich im Weg, wa? Du, 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 du. Ich chill im Flur, Alter. Guck mal, ich bewege mich hier überall. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin von dir. Ich werde dir den Schreck deines Lebens einjagen. Oh. Du musst zur Tür, damit du Angst hast. Die Tasse ist weg. Ja, habe ich einen Gin. Und ich sage, ich habe recht. Oh, der Geist war ein Gin. Der Arsch hat mich umgebracht. Der kam von unten. Ja, ich weiß nicht, warum. Ganz komische Geschichte war das, eh, ey. Ja, ganz merkwürdige Story, bro. Ja, das ist ja ganz komisch. Ja. Weil du kommst runter, auf einmal höre ich ihn schon. Und dann dachte ich, bin einfach stehen geblieben. Weil ich dachte, ja, scheiß drauf. Ich sterbe sowieso. Wo soll ich hinlaufen, ne? Und dann dachte ich mir, naja, wenn der oben ist, dann wird er dich ja als erstes kalt machen. Und dann gucke ich, hey, wie kommt der jetzt von unten? Und ich war, ich habe den, ich habe den ja gehört gehabt und dachte dann so, hm, der ist ja die ganze Zeit oben. Der muss der ja hinten im Flur sein. Obwohl es sich nach unten angehört hat. Ich gehe auch runter, sehe nur, Tür geht zu. Und dann merke, also wo die Tür zugegangen ist. Ich fange an, runterzulaufen, sehe nur so eine Silhouette. Und denke so, oh, bitte lass das von der Tür sein. Ja, ich stand doch auch drin, ja. Dann war ich tot, hat er mich gekillt. Ah, ich habe dich doch gesehen. Ah, Drecksau. Ich fand's gut. Hat mich aus Korn genommen. Ja, irgendwie komisch, ey. Ganz komische Story, Bro. Ah. Tja, schöner Anfang. Schade fürs Ende. Ich höre mich doppelt. Schöner, schönes Ende. Nee. Ich fand das Ende schön. Ich fand's doch, ich muss ja wieder alles neu kaufen. Du musst mal meine wirtschaftliche Lage sehen, ja. Ich bin Geisterjäger und nicht gerade sehr erfolgreich. Bin bald pleite. Ja, bist ein sehr schlechter Geisterjäger, ey. Tja. Ob ich meinen wirtschaftlichen Wachstum wieder aufbauen kann, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ihr konntet im Video was abgewinnen. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschau. Tschau.